Das Wort Klima ist verbunden mit Änderungen. Aber diese Änderungen brauchen nicht unbedingt nur mit der raumlichen Skala verbunden sein, sondern auch mit der zeitlichen Skala. Und dieses Klima ändert sich schneller und schneller, besonders in den letzten 100 Jahren. Und das werden wir jetzt auch auf einem Video sehr schön sehen. Das Video stammt aus dem Projekt Berkeley Earth in Kalifornien und zeigt die Entwicklung der Temperaturen in den letzten 170 Jahren. Die Karte zeigt den gleitenden Mittelwert der Temperaturabweichung im Vergleich zur 1951 bis 1980 Referenzperiode. Die grauen Flecken decken Regionen ohne Temperaturmessungen ab. Darunter ist die Entwicklung des globalen Mittelwerts dargestellt. Und man kann schnell feststellen, dass die Temperatur sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene hochvariabel ist. Diese Variabilität ist natürlich und gehört zum Klimasystem. Dies ist auch ein Grund, weshalb wir lange Referenzzeitperiode, normalerweise 30 Jahre, benötigen, um Klimaträte zu bestimmen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts überwiegen deutlich die gelb- und rotbedeckten Regionen, welche die Erwärmung darstellen. Außerdem lassen sich ein paar Eigenschaften der globalen Erwärmung entdecken. Die Kontinente erwärmen sich schneller als die Ozeane. Die Temperaturen in der Nordhemisphäre steigen schneller als in der Südhemisphäre. Die Größe der Erwärmung ist jedoch oft noch regional sehr unterschiedlich. Manche Regionen erwärmen sich mehr, zum Beispiel Sibirien, manche weniger oder kaum, wie zum Beispiel der Nordatlantik. Die nächste Grafik wurde von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geophysik bereits gestellt und zeigt die Temperaturanomalien für Österreich zwischen 1770 und 2020 im Vergleich zu den Durchschnittswerten von 1961 bis 1990. Und wie auf der globalen Skala steigen die Temperaturen in den letzten 50 Jahren besonders schnell auch in Österreich.